Hallo und willkommen zum neuen Replay. Heute haben wir zwei Pros wieder, beziehungsweise vier die. Ich weiß nicht, welcher Pro das jetzt ist, aber es ist auf jeden Fall auch Conqueror 3 und damit wahrscheinlich schon Pro. Und Caspar, den kennen wir ja wahrscheinlich alle. Das ist ja ein ganz bekannter Spieler. Was mich jetzt interessiert hat im Spiel ist England. Und zwar wollte ich mir ein England-Spiel nochmal gezeigt haben. Und im letzten Spiel, also im letzten Replay, wenn ihr euch vielleicht erinnert, da war ein Engländer, der hat im Prinzip ein Wirtschaftsbild gemacht, ohne einen kompakten Bild zu haben, indem er seine Farben beschützt. Und ich hoffe jetzt bei diesem, wenn er ein Wirtschaftsbild machen sollte, das weiß ich nicht, dass wir hier den Layout nochmal sehen und das gerade mal zeigen kann euch einfach, wie halt die Pros das dann anders machen, wenn sie ein Wirtschaftsbild machen. Das ist schon ein großer Unterschied. Ich denke halt, also gerade auf Platin hätte ich jetzt erwartet, vor allem Platin 3, nicht Platin 1, hätte ich erwartet, dass die Spieler ihre Bilds perfekt können. Aber der Wirtschaftsbild des englischen Spielers, der war tatsächlich sehr, sehr eigenartig. Und von daher wollte ich es hier gerade mal gezeigt haben, in der Hoffnung, dass der Wirtschaftsbild macht, und das ist auch sehend, wie der dann aussehen soll. Übrigens Schafe, die können, wenn ihr, wenn ihr das aber schummeln, finde ich persönlich, wenn ihr Fake-Hütten platziert, dann werden die schneller, weil immer wenn die zum Gebäude eure Eigenation gehen, dann werden die schneller, wie ihr hier seht. Und Fake-Hütten zählen als solche. Dann könnt ihr die hüpfen lassen. Ist aber meiner Meinung nach ein Exploit. Solange nichts Neues. Ist natürlich jetzt mit dem Osmanen, ne? Der wird am Anfang gleich noch einen Speer bauen und später dann die Reiterchen, die Pahi. Könnte man auch einen Waffenknecht überlegen, oder? Ich habe, glaube ich, nie einen Engländer gesehen, der mit dem frühen Waffenknecht gegen einen Ottomanen vorgeht. Würde halt die Akademie erstmal komplett rausnehmen fast, bis auf den E-Mail-Bonus. Ja, möchte man wirklich als England jetzt ein Wirtschaftsbild hochziehen gegen Osmanen? Die gehen ja alle auf das dritte Zeitalter, rutschen ja wie so Irre, ne? Und tun dann diese Mehmet-Dinghy bauen und dann die Mangen umsonst. Die dann in aller Regel bei den Kämpfen ganz selten mal treffen, habe ich den Eindruck. Ich weiß nicht, ob mir das Mehmet-Gebäude so gut gefällt. Interessanterweise spielen das übrigens alle Mali, habe ich den Eindruck bei. Also ich habe eben wieder ein paar Pro durchgeguckt, also ich eher so ein Replay im hohem Level mit England gesucht habe. Und fast jeder scheint derzeit Mali zu spielen. Und ob die halt super stark wären. Das ist ja immer sehr beliebt im Moment. Immer noch Osmanen wird auch viel gespielt, keine Frage. Russ ist sehr wenig vertreten. Zumindest bei den Leuten, die ich durchklicke. Ich habe da immer so 20, 30, die ich regelmäßig beobachte. Ja, Rui-Schuh-Kugel. Schickt auch keinen Speer los. Da ist ja kein Interesse dran in einen Speer. Was will er auch raiden da unten? Baut mit fünf Leuten das. Hartzahle 3 heißt halt keine Eile. Vier hieß er, er will die schneller raus haben. Und fünf da oben heißt halt, er will das ganz, ganz schnell haben. Da kommen die Bärchen gleich raus. Kann man ja nicht Ressourcen abgeben in dem Gebäude. Geht das nicht. Weil das dient ja als Mühle steht da. Weil er hätte das dann hier vorne hingebaut, hätte er die Bären abgeben können. Also er will sich dann die Bären da sammeln und da reinbringen nachher. Ja, kompakte Bauweise halt. Aber ich, echt, also willst du dann extra Müde nur für die Bärchen da hinten bauen? Sieht so aus, ne? Wundere mich aber ein bisschen. Hätte ich gedacht, dass das vielleicht ein bisschen besser wäre, da vorne hinzubauen. Ja, wie gesagt, keine Eile, ne? Also geht davon aus, dass da hinten keine Aggression kommt. Keine Sperre und gar nichts. Nicht sicher, woran er das abgelesen hat und ob es einfach nur geraten war. Aber was hätte, wie gesagt, der erste Speer auch machen sollen? Der hätte ihm halt im schlimmsten Fall vom Stein kurz runtergeschubst. Genau so lange, wie er mit dem vierten Arbeiter jetzt schon, ne? Hätte es mit vier dann gebaut, wäre der erste Speer gekommen, hätte er sofort den langen Bogen rausgeholt. Also da, glaube ich, war das überhaupt kein riskanter Call von 4D hier. Sondern wirklich ein sinnvoller Call. Wäre gekommen, hätte dann kontern können, hätte keine Verluste wirklich gehabt. Hätte so lange einfach mehr Holz gesammelt, was er auch braucht. Also wird ein Wirtschaftsbild im Süden. Und ich bin hier gleich mal gespannt, wie er es halt baut, ne? Also ich würde vermuten, dass er das zweite Dorfzentrum vielleicht hier vorne irgendwo hinquetscht. Hier oder hier. Damit er halt in der Mitte Platz für Farmen hat. Und halt Ressourcen gleichzeitig beschützt damit. Ob er aggressiv nach vorne baut, ich würde es nicht empfehlen. Vielleicht da hinten noch hin. Aber das ist auch kein kompakter Bau. Ich habe da geguckt, da oben was da abgeht. Über den Bären. Also ich würde es wahrscheinlich hier unten empfehlen, hinzubauen irgendwo. So, dass wie gesagt noch Farben dazwischen passen. Der baut auch schon die erste Farm. Muss man genau abmessen irgendwie. Er ist jetzt da oben aber tatsächlich hinbauen, okay. Vielleicht weil er gerade in der Base war und gesehen hat, das wird überhaupt nicht aggressiv. Wir haben alle Zeit der Welt. Da kommen allerdings jetzt auch schon zwei Gebäude. Und eine Schmiede. Das ist glaube ich schon Indizien dafür, dass der früh aggressiv werden will. Wenn das da... Also ich glaube, dass das backfeiern wird. Also der Gegner wird ja ihn jetzt gleich angreifen. Und hier vorne ist er jetzt greedy geworden. Und die Defense ist natürlich dann schlecht für ihn. Also ich denke, eine kompakte Bauweise ist, wollte ich halt extra gezeigt haben, wäre massiv besser gewesen. Meine Prognose ist, er wird das bereuen der Engländer. Bitter, bitter bereuen. Vielleicht sogar im Bau schon bereuen. Aber das wird nicht viel bereuen dann. Also weniger vielleicht, weil das Gebäude da oben hingebaut hat, als mehr, weil ihm der Schutz da unten fehlt, um da was auszubauen. Frühe Palisade. Will halt nicht, dass die langen Bögen oder so in die Ecke kommen. Oder einfach mal rein snipen in das Ding. Können sie aber auch von der Seite. Aber klar, eine Seite abwohlen ist immer eine gute Sache. Muss ja irgendwo anfangen. Speere und den Trompner. Also noch liegt der Engländer voraus von Punkten. Aber ich glaube immer noch, dass das ein zu riskanter Call da war. Aber mal gucken. Ist ja auch nicht unbedingt der spielentscheidende Call. Will jetzt auch abwohlen. Auch da sehr aggressiv beim Wohlen. Aber es sieht so aus, als ob er sogar die Zeit findet, das fertig zu machen. Was natürlich da oben sehr attraktiv ist. Also dann hat er wirklich, im Grunde genommen, da unten komplett zu jetzt. Und von da ist das dann auch wieder sicher da drin. Und dann kann er hier gleich die Farben hinflatschen, wenn er möchte. Also er hat dann eine sehr, sehr kompakte... Also es ist eigentlich ein bisschen expansiv, aber es ist trotzdem kompakt. Einfach weil er das Gelände hier perfekt nutzt, um es zuzumachen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön zusammengebaut. Und da holt er die Ressourcen dann eben schneller raus. Dafür hat er auf den Schutz verzichtet, den das geben könnte. Dann gerade nach einem langen Bogen, oder? Genau. Das ist natürlich Spielerei. Es klappt nie so was. Ja, hat er mir nicht zubekommen. Also noch ist er nicht im Sicheren. Ja, ne, sammeln die doch die Bären hier lange. Also das ist doch sicher nicht gewollt, oder? Also hier hätte ich gedacht, dass er eine Mühle dann dafür baut. Und ansonsten muss das Gebäude da vorne hin. Goldstapel. Also Kasper macht den Aufstieg wahrscheinlich, ne, von den Ressourcen. Was soll er sonst machen? Er weiß, dass der Gegner auch... Oh, die stehen auf Karten. Er weiß, dass der Gegner ein Wirtschaftsbild im Moment hat. Man sieht es auch in den Punkten ganz heftig. Leider war er auf. Und die sorgen auch dafür, dass er aufbleibt. Also es wird jetzt dieses Wettrennen werden, ne? Kann der Engländer genug Wirtschaftsbonus rausholen, um sich gleich gegen den Angriff des Osmanen zu verteidigen, ne? Das ist halt die Frage jetzt. Und er hat halt jetzt, ne, diese Lücke da oben, leider. Und hier auch nicht die stärkste Defense. Quasi gar nichts auf der Seite. Ja, dritter Zeitalter war ich, oder? Also wo geht es sonst hin, genau? Da ist Mehmet. Ist aber schon ein Arbeiterunterschied, ne? Also im Moment sind wir nur bei vier, fünf Arbeiterunterschied. Aber das wird jetzt wirklich ein bisschen mehr, mehr, mehr. Also wenn ich der Engländer wäre, würde ich ihm empfehlen. Es gibt ja viele Engländer, die jetzt einfach Hardcore weiter auf Wirtschaft setzen. Ich würde jetzt schon anfangen, langsam von dieser Wirtschaft abzusehen. Er hat ja den Vorteil, den er will. Er kriegt ja mehr Wirtschaft als der Gegner. Aber er braucht jetzt mehr, mehr Armee. Also die meisten übertreiben einfach mit der Wirtschaft ein Stück weit. Aber mit dem Stall hier vorne macht er schon den ersten Schritt, glaube ich, weg von der Wirtschaft. Also das ist, glaube ich, die richtige Call auch. Die patrouillieren da oben halt. Das Problem bei England ist so ein bisschen, man will ja eigentlich mehr Farben bauen. Man will ja ins dritte Zeitalter. Aber wo will er die hinbauen, die Farm? Ja, das ist ja ein Wirtschaftsbild dann. Und dritte Zeitalter gehen ist ja ein Rieseninvestment. Also wo sollen die jetzt hin, die Farben? Ist ja nix. Keine Stelle ist ja sicher derzeit. Und ihm geht ja auch die Nahrung langsam aus. Also will er die Beeren da vorne sammeln, ist nicht sicher. Wo will er die Farben hinbauen, ist auch nicht sicher. Er braucht sowieso Holz. Dann, ja, jetzt macht er halt weiter Wirtschaft. Hat aber ein Dreieck so ein bisschen gebaut, wenn man das so nennen möchte. Das ist ja quasi auch ein Dreieck. Und müsste die Farben halt jetzt dazwischen irgendwo anbringen. Aber es ist sehr weit auseinandergebaut, das Dreieck. Also ich glaube nicht, dass das ein optimal sicherer Bild ist. Sein ist, dass es schlechter sein muss. Aber sicher ist es auf jeden Fall nicht. Also ich sehe da ein langfristiges Nahrungsproblem auf ihn zurollen, derzeit. Er hat schon mehr Arbeiter, aber er braucht mehr Truppen. Es geht so nicht. Dann ist der erste Mangel fertig. Sechs Ritter Sittenproduktion. Sind das sechs Ritter? Ja, ne? Braucht vielleicht nochmal einen Stall oder so. Das fehlt vielleicht auch noch. Die stehen halt überall, einfach nur um zu gucken, was der macht und ob er rauskommen möchte. Da geht es halt nur um Sicht hier. Der sieht halt dann so ein bisschen, was da los ist und weiß genau, wie er dann wo angreifen will. Und sieht halt auch schon die Armee ein Stück weit. Ja, 4D macht zu langsam Truppen für meinen Geschmack. Hat halt jetzt auch Ritter gecued. Turm gebaut. Und jetzt geht halt der Angriff los. Die reiten halt jetzt quasi in die Wirtschaft rein, könnte man sagen. Was für die Reiter nicht so witzig ist, aber die Ritter, die ist ja nicht so schlimm. Ja, und jetzt gibt es halt nur zu teuer, ne? Die paar Mann, die da vor Ort sind, die werden jetzt einfach niedergeritten. War sicher noch nicht der große Wurf. Aber es sind 15 Mann eidel und dann ein paar Mann mehr verloren. Also, das hat sich schon gelohnt. Trotzdem, also Kasper hat jetzt den Timer, ne? Er muss jetzt mit der Mangel. Also, er hat ja alles gemacht, damit er die Mangel rauskommt, ja? Die ist ja immer noch nicht fertig, genau. Dauer noch, bis sie fertig ist und dann braucht er eine Ewigkeit, bis er in der Front ist. Das ist schon, in der Zeit wird mehr und mehr Arbeiter gebaut. Der kann halt seine Mähe weiter aufbauen. So, jetzt sieht man aber hier trotzdem, worum es halt so schlimm ist. Das ist alles auf, ist alles auf. Er hat so eine Farbe, was besucht. Das ist im Grunde genommen auch auf. Also, jetzt kostet es halt Wirtschaft. Für alles, was er jetzt aufgebaut hat, wird jetzt langsam zugrunde gerichtet. Es war halt vielleicht nicht kompakt genug, der Farmbau. Dann müssen alle runter, ist alles voll. Jetzt laufen die über die ganze Map, weil eben die Bunkeranlagen zu weit weg sind. Und das ist sicher nicht angenehm. Also, es ist ja, ihr müsst ja denken, die müssen ja von da auf wieder nach links laufen, um weiterzuarbeiten gleich, wenn sie überhaupt überleben, die meisten. Und jetzt laufen sie nach links, weil rechts auch schon voll war, oder was? Also, das sieht nicht gut aus. Die sind auch runter von der Farm. Also, bei England bricht gerade alles zusammen. Eben, weil die Defense gefehlt hat, die kompakte Bauweise. Acht Arbeiter sind draufgegangen. Nicht der ganze Vorteil, aber ein ganzes Stück auf jeden Fall. Und die kosten ja auch was. Aber noch hat der Engländer wahrscheinlich einen Wirtschaftsvorteil, der immer weiter ausgebaut wird. Warum die Armbrüste? Wo ist denn die Mange hingekullert? Die ist immer noch nicht da, ne? Hat er die abgebrochen? Nee, das ist die, ich wollte gerade sagen. Episch wäre natürlich, wenn er jetzt mit den Rittern kurz rausgerissen wird, um die Mange kaputt zu machen. Also, ich hätte jetzt auch nicht wahrscheinlich dran gedacht, aber er muss ja wissen, dass er mit Mehmet gebaut hat. Das machen wir 100% der Spieler so. Das heißt, er muss wissen, dass er irgendwo eine Mange auf einem Feld gerade und nicht zurollt. Und er hat ja eine mobile Truppe, wo er da einfach mal kurz raus kann. Ob sich das lohnt und auch gegen die anderen Reiterchen hier, das weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre vielleicht ein Call wert gewesen. Ja, ich gehe gleich weiter hier. Also, bei jedem Angriff mit Rittern, ne? Wenn ein paar Arbeiter sterben oder eidel gehen. Das ist wirklich super unangenehm, wenn ihr Leute mit Rüstung in eurer Base habt. Wenn wir die dann auch schnell sind, dann ist doppelt unangenehm. Und wieder einer tot. Ja, die Mangel, die räumt jetzt hier auf, Fragezeichen. Was hat er gemacht? Hat er sich an der Wicht und Arbeiter, okay. Also, wir haben schon 15 tote Arbeiter. 15, nicht so trotz führt er immer noch 14 Arbeiter. Also, ist natürlich trotzdem eidel-zeit dran und der Kostenfaktor. Also, noch hat er nicht genug kaputt gemacht, der Kasper, um wirklich zu sagen, das hat sich gelohnt. Aber er ist ja noch dabei, er arbeitet ja durch. Die Arbeiter machen wahrscheinlich jetzt auch nicht ihr Projekt, das kann er vergessen. Und wieder zwei Arbeiter tot, wahrscheinlich. Das läppert sich, ne? Das ist die Eidel-Zeiten. Wieder sechsmal ein Eidel. Also, da arbeitet schon fast gar keiner mehr. Holt sich den Turm. Ja, gut, es ist keiner mehr, die von dem profitiert, ne? So, der Engländer baut jetzt seine Produktion weiter aus. Hat jetzt eine Ecke gesucht, die er hoffentlich sicher ist. Weiß ich noch nicht, ob die sicher ist. Ist oben noch offen? Also, der Eingang ist schon, muss ich sagen, also es ist schon nicht ganz unverteidigt. Aber so richtig sicher ist es auch nicht. Also, die Ritter können einfach durch ohne Verluste. Und dann kriegen sie nochmal Pfeile ab, nochmal Pfeile ab, aber sind dann trotzdem da drin, ne? Also, er bräuchte eigentlich eine Armee von Armbrüsten oder sowas. Was gegen die Mangel oder die zweite Mangel gleich kommt, natürlich auch nicht angenehm wäre. Also, der Engländer hat hier richtig ein Problem gerade. Ja, also Routen und Armbrüste wäre vielleicht eine Idee. Wir gehen da einfach durch. Ist zwar hier schon umzingelt von den ganzen Pfeilen. Also schon so ein bisschen kompakter, der Eingang. Aber eben auch nicht so, dass es die Rüstung wirklich stört. Der macht dann trotzdem sein Ding. Ein paar viele Pfeile ab, der freut. Noch sicherlich auch nicht die Wirkung von diesem Mehmet-Dinghi. Also, so stark sieht es noch nicht aus. Trotzdem 17 Arbeiter. Ey, das ist schon brutal. Hallo. Jetzt ist es gleich 19. Er gibt sich müde, Palisade zu bauen. Oder was klappt nicht? Selbst wenn das ganze Projekt fertig ist, brauchen wir nur Rechtsklick machen sofort durch. Also, Ritter brauchen wir nicht lange, um eine Palisade einzureißen, ne? Also, die Palisade recht. Ich verstehe, woher das kommt. Aber, also, es hätte sowieso nicht viel gebracht. Vermute mal, dass der auf Sperre gehen will. Noch baut er ja keine. Also, er hat jetzt die Kaserne seit Ewigkeiten gebaut, aber baut die ganze Zeit weiter Ritter nach. Das sieht nicht schön aus. Vor allem, er hat ja wieder gleich keine Ressource. Das ist wieder so ein typisches Spiel. England hat unendlich viele Arbeiter unter Umständen. Und dann gehen dann die Key-Ressourcen ein bisschen aus. Also, der Dings kann ja machen, was er möchte. Er hat sein zweites Ding gebaut, um aufzuholen. Hätte man auch wahrscheinlich Handeln ein bisschen machen können. Er war ja auch hier direkt hier vorne. Aber der kriegt jetzt seine Relikte alle eingesammelt. Eine heiligen Städte kriegt er gleich. Also, diese Map abgeben an den Gegner, das ist immer so ein Wettkampf, ne? Bringt eure paar Arbeiter mehr was, als das, was ihr Gegner dann sammelt. Und wenn das Spiel wirklich langfristig geht, dann macht ihr irgendwann die Arbeiter aus. Und der Gegner hat Relikte, also mehr Max Pop Cap sozusagen. Also, wenn das ein langfristiges Spiel wird, und das ist ja beim Wirtschaftsspiel so ein Plan auch oft, hat man schon strukturellen Nachteil normalerweise. Oh, der will ja nicht mehr weg, glaube ich. Das wird mir, glaube ich, dem Piet gefallen, so ein Gameplay. Der baut auch mal gerne so ein Gebäude beim Gegner. Jetzt, wenn er sie hinbaut, muss das aber auch beenden, so, ne? Wenn er die Dinger verliert, ist es ungesund. Aber das ist jetzt, er hat sich jetzt gesagt, das gebe ich nicht mehr auf, die Ecke. Dritte Mangel. Da sollte der Engländer wirklich mal langsam überlegen, Routen zu bauen. Steine ausgegeben. Noch alles eine ruhige Geschichte. Die Steintürme hat er wahrscheinlich wirklich nur gemacht, wegen dem Bonus, wenn er kämpfen möchte. Aber wenn er kämpfen möchte, sollte er irgendwann mal mit der Armee arbeiten. Also der Gegner hat ja in der Armee, die ist doppelt so groß derzeit, mit Belagerungswaffen. Das Rout ist fertig. Könnte ein bisschen wenig sein, aber geht in die richtige Richtung. Jetzt Großangriff. Die Frage, ob er den Ritter jetzt wirklich irgendwie kämpfen möchte, oder ob man nicht einfach reinreitet, die Arbeiter alle tötet. Ja, drei Routen, ne? Äh, drei Mangen. Wo ist denn die Route? Seht ihr die? Also das geht jetzt zack, zack weg, das Gebäude. Einfach alle draufklicken. Wo ist denn die Route? Ich seh die gar nicht. Muss irgendwo sein. Er hat ja gerade ein Gebäude verloren, aber was ist von den Pfeilen? Ich hab's nicht gesehen, die Route. Ach, die ist im Bau, ne? Die ist gar nicht fertig. Ja, schlau. Okay, sonst wollte er auch eine Burg wieder so bleiben. Ja, man sieht schon, also der Massaker, die ganze Wirtschaft, die Arbeiter, die Eigenzeit, die Gebäude, ne? Also der Engländer hat einfach zu wenig... Also er hat ja im Grunde genommen stärkere Wirtschaft gehabt, aber er hat halt zu wenig Armee damit jetzt gebaut. Man sieht ja auch, wie er Ressourcen flattet. Tausend, 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 ne? Also das sind alles Ressourcen, die müsste halt... Guck mal, der Kaffer, der hat die alle am Limit. Also wenn er das in der Armee umgewandelt hätte, wäre seine Armee vergleichbar groß gewesen, eben wie die Osmanenarmee. Aber weil er es eben nicht in der Armee hat, hat er entsprechend jetzt auch ganz viel eingebüßt wieder. Und er baut halt nicht durchgehend hier, ne? Also da sind immer wieder Pausen drin. Also hier, er baut zum Beispiel nichts in seinen Kasernen. Jetzt fängt er an, Kasernen zu bauen. Aber halt sehr spät, ne? Und er hat dann immer noch Ressourcen über, obwohl er das gerade alles gequeet hat. Also er hat einfach so wenig Produktionsanlagen, der Engländer. Er hat die stärkere Wirtschaft gehabt, oder vielleicht sogar immer noch, und stapelt Ressourcen. Und das ist natürlich ein No-Go. Und mich überrascht das wirklich, das auf so einem hohen Conqueror-Level zu sehen. Man weiß natürlich nie, wenn er jetzt in der Armee gebaut hätte, mit allen Ressourcen, ob er die Gegner besiegt hätte. Aber sagen wir mal, wenn 1.000 Ressourcen in 10 Mann, wie mein Daumen sprechen, ne? Er hat eben 3.000 über gehabt, dann hätte er halt 30 Mann mehr gehabt, dann hätte er halt 42 zu 39 gehabt, dann wäre es zumindest ein fairer Fight gewesen. Und in England, eine Verteidigung mit einem Turmbonus, ist schon eine nette Sache. Also hätte er die Ressourcen wirklich umgesetzt, hätte es ein fairer Fight werden können. Und der hatte dann eine stärkere Wirtschaft, um den Abmutzungskrieg zu gewinnen gegen den Osmanen. Obwohl natürlich jetzt inzwischen hier eine Relikte, das ist ja krank. Er hat ja alle Relikte gesammelt, der Kaspar. Ja, das sieht nicht gut aus, dass ich glaube nicht der Engländer da noch rauskommen wird. Arbeiter sind jetzt 50-50, aber Kaspar hat halt die Relikte noch dazu, die heiligen Städte, ne? Hat halt einfach alles, kann alle Ressourcen aus der Map holen, wie er möchte. Könnte auch noch einen Handel anmachen. Der Engländer hat immer wieder Eidelzeiten mit seinen Arbeitern. Also das wird entschieden sein, das Spiel. Es waren einfach zu wenig Produktionsanlagen. Beziehungsweise er hatte ja sogar die ganze Zeit die AfKa-Kasernen gehabt, die hätte er nur nicht benutzen wollen aus irgendeinem Grund. Gerade hier kann man ja unendlich viele Bögen rausholen. Das hat er eigentlich auch nicht durchgehend benutzt. Also der Langbogen-Spam war null. Er hat überhaupt schon mal einen, er hat glaube ich drei Bögen im ganzen Spiel gebaut, oder? Mit langen Bögen kann man noch Armbrüste besiegen, Preis-Leistung. Das war kein Riesendrama. Und so ein paar Podshots kann man immer abgeben. Durch den neuen Angriffswinkel. In der Burg quasi den Eingang zugemacht, ne? Dass man ein bisschen weiter sieht. Und ja, kommt jetzt Raiden von der anderen Seite. Sehr nice. Er hat halt die Sperre, die haben aber eben gefehlt. Also Armbrüste macht keinen Bonusschaden gegen Sperre, ne? Von daher wäre die Sperre gar nicht eben schlecht gewesen in der Feldschlacht. Mit ein paar langen Bögen zusammen wahrscheinlich. Er hat halt alles gekontert, bis auf die Mangen. Aber er hat schon die eine Rute in Produktion gehabt. So, der Osman hat jetzt freigeschaltet, dass er die, ne? Ein Mann da reinsetzen kann, damit die gewafft werden. Ja, die Ressourcen, ne? 3000, 4000, also über 5000 Ressourcen oder so wird er jetzt auf der Hand haben. Ich meine, Kaspar fängt jetzt auch schon an zu stapeln, aber Kaspar hat ja auch die Armee. Und dann gehen die Ruten down. Ja. Also wenn immer ihr eine Burg in die eigene Basis bauen müsst, wenn ihr angegriffen werdet, könnt ihr eigentlich fast schon davon ausgehen, dass das Spiel gegen euch läuft, ne? Ist halt so, leider. Hier ist ein schöner Mangelschuss, wenn der nochmal richtig treffen würde. Bam! Also die Mange hat sie echt gelohnt. Die hat einen Massaker veranstaltet hier. Auch die Belagungsmaschinen ging jetzt an den Arbeitern down. Die Ritter wurden alle von den Sperren getötet. Und war das jetzt ein Comeback? Also guck euch mal die Kill an, was er zerstört hat an Wert. Der hat jetzt gerade 6000 mehr vom Gegner vernichtet oder 5000 mehr vernichtet, als er verloren hat. Also eventuell war das jetzt ein Comeback. Das Problem ist, wie gesagt, dass er Unmengen an Arbeiter verloren hat und der Gegner halt hier oben jetzt aufgeholt hat bei den Arbeitern und noch die Relikte alle hat, ne? Wie ist das, ich weiß, diese Anzeige 4-2. Achso, 4 Relikte und 2 heilige Stätten. Das ist doch gar nicht richtig. Das sind die 3. Ach, er ist verloren. Okay. Also tatsächlich hat der Engländer gerade die Armee vernichtet. Da war jetzt Kaspar wohl doch zu übermütig geworden, ne? Hat erst gut ausgesehen. Nun sind ja auch schon alle scheintot hier. Ist aber trotzdem mit Eitelzeit auch erkauft worden. Und Kaspar hat, wie gesagt, die ganze Map, ne? Also er kann sich, glaube ich, schon erlauben, das zu tauschen, das Ganze. Vielleicht hat es auch ein Stück weit funktioniert, weil 4D jetzt angefangen hat, seine Ressourcen komplett vollständig zu benutzen. Das hat schon, ne? Und dann eben vor Ort produziert, was Kaspar nur bis zu einem gewissen Grad kann. Hat er alle voll gemacht. Hat er aber eben jetzt 2 oder 3 Mangen, glaube ich, verloren in der Base. Also das war richtig teuer für ihn. Steinmauer. Ganz auch noch relativ sicher. Also es könnte tatsächlich ein Comeback von 4D sein. Sind halt 600 Ressourcen pro Minute Unterschied durch heilige Städte und Relikte derzeit. Und 600 ist schon eine Zahl, die man nicht verachten kann. Letzte Goldvorrat sind noch 371 Goldstücke über. Und das war's dann mit dem Gold, ne? Dann ist er gezwungen, rauszukommen, draußen zu sammeln. Und dann würde er sich ja wünschen, dass er heilige Städte plus Relikte gehabt hätte die letzten 10 Minuten. Und rauskommen ist hier kein Projekt, was so einfach wird in absehbarer Zeit. Also der Engländer geht die Gold aus. Und das heißt, keine Belagenverschiene und keine Ritter mehr. Jede Zeitalter. Das heißt, er will jetzt das Gold über die Farben machen wahrscheinlich, ne? Obwohl er den Tag nicht anklickt. Ich meine, er hat auch nicht viele Farben, oder? Da sind 3, 4 Farbenkomplexe. Das reicht aber eigentlich. Hier ist gar nicht eine Anzeige jetzt. Er hat aber irgendwo angeklickt, da unten. Genau, und da oben ist, glaube ich, nicht an. Er muss auch da gucken. Genau. Gleich gibt's Gold. Also, wow, was machst du denn da? Okay, das war nicht ein Missklick vom Kaspar. Das war natürlich jetzt ungesund für ihn. Ich wollte gerade sagen, der Engländer braucht nur eins. Zeit, ne? Und genau das hat Kaspar ihm gerade geschenkt. Also, vielleicht, wenn er da irgendwie eine Burg da unten hinbaut und dann hier oben versucht zu verteidigen und da da auch schon eine Burg steht, ein heiliger Städtesieg ist vielleicht auch eine Option. Aber so langsam wird Kaspar ein bisschen viel Boden verlieren. Engländer stapeln eigentlich wieder Ressourcen, was Kaspar nicht macht. Also, mal sehen. Auch die Farben, er braucht halt die Farben für das Gold jetzt und selbst dann kommt nicht viel rein. Also, ich glaube schon, dass Gold ein Riesenproblem darstellen würde im 4D. Noch hat er 500 pro Minute, das wird aber sehr, sehr schnell sich drehen. Woher er jetzt auch gar nicht sammelt, das Gold, aus irgendeinem Grund? Also, 4D, Alter, heißt ja in aller Regel auch, dass ihr tanken wollt. Das kostet ja auch nochmal Gold extra, ne? So, die Burg ist weg. Antibelagerung hat funktioniert. Wieder alle idle. Ja, das Problem ist wirklich die Ressourcen, die der stapelt. Also, das ist normalerweise, heißt das einfach Langbögen spammen. Und das ist ja auch nicht so verkehrt unbedingt, wenn der Gegner die ganze Zeit auch Armbrüste unten... Also, klar, Ritter sind unangenehm, aber er kann ja Langbögen im Prinzip und Sperre zusammen spammen. Das ist ja kein Problem. Nur wegen dem Gold ist das Problem, problematisch Ritter und Belagungswaffen zu bauen. Aber er macht die halt nicht, die Einheiten. Und hier ist ja nichts secure. Der hat einen einzigen Sperrenauftrag gegeben, den einzigen Waffenknecht, oder was ist das? Nee, ein Tribok nochmal. Er baut halt einfach keine Einheiten, ne? Also, was spricht denn dagegen, wenn er einfach nur jetzt, sagen wir mal, auf Reiter umstellt? Die Ressourcen hat er ja, die Produktionsanlagen hat er und irgendeiner musste ja eh niederreiten, auch die Belagungsmaschinen. Also, bevor ich die gar nicht benutze, würde ich lieber die Reiter bauen und die haben ja sogar eine Funktion jetzt, ne? Der hat Türme gebaut. Also, ich verstehe nicht, warum dieser Spieler sich weigert, seine Ressourcen in Einheiten umzusetzen. Sperre? Er spart auf irgendwas, vermutlich. Aber ich weiß nicht, worauf. In der Verlass baut er ebenfalls nicht. Das ist wieder eine Goldfrage. Er hat zumindest diese Goldfarme, ne? Auch wenn er keiner drauf arbeitet. Auch nicht auf jeder zumindest. Also, Gold kriegt er auf jeden Fall über 800 Reihen pro Minute. Also, er hat schon ein Goldeinkommen. Aber bau doch bitte Einheiten. Was machst du denn mit den Ressourcen? Du spielst ja so, ob du meine Klickrate hättest. Bau doch einfach irgendwie einen Reiter oder so. Für die Armbrüste wäre es gut und für die Belagungsmaschinen wäre es auch gut, die Reiter. Die würde doch völlig ausreichen. Also, Popcap ist ja auch kein Problem. Also, das Rational hat er noch eine Mini. Hab ich eben gar nicht gesehen. Da kommt ein Großteil gescrollt. Ist immer her. Okay. Aber das Rational dahinter verstehe ich nicht. Also, hier drüben werden immer irgendwie, ne? 15 Einheiten sind er gecued zumindest. Hier sind 8 gecued, obwohl er die Ressourcen alle hat und er geht am Limit. Also, Kasper klickt einfach, was geht und er halt nicht. Das ist schon nicht zu... Also, man sollte es auch nicht ignorieren. Trotzdem laufen die Kämpfe noch gut für ihn. Er hat 35.000 getötet, weil Kasper einfach immer wieder nur eine Welle nach der anderen reinschickt, ne? Und das ist halt dieser Unterschied von 12.000 Kills. Das ist halt der Grund, warum da noch ein Spiel drin ist. Also, er macht das schon, seine Kills auf jeden Fall. Das liegt aber wirklich auch daran, dass immer wieder Ritter in die Sperre reinreiten, glaube ich. Ja, das machen die ja seit einer halben Stunde gefühlt. Der ist eingerissen. Und Kasper weiß halt, er kann sich das leisten. Also, das ist glaube ich schon, dass er weiß, dass das teuer für ihn ist, aber er weiß halt auch, dass er die ganze Map kontrolliert. Also, er sammelt ja schon die Goldforäte. Er muss das nur aufrechterhalten, die Suicide-Kommando und dann geht es in England dafür oder später das Gold aus. Ganz simpel. Er kriegt ja immer ein bisschen Gold ist in der Farbe, das wird aber nicht reichen. Wir sehen ja schon, 5.000 Holzer da gleich. Aber was macht er damit? Nichts, ne? Aber wo ich immer noch sagen würde, er kann es halt verwenden. Ich weiß nicht, wofür er das wirklich sparen möchte. Das macht mich schon ein bisschen körre, wenn ich ja so angucke, mein Engländer. Jetzt hat er sich doch mal entschieden, einen Reiter zu bauen. Worum jetzt? Worum nicht eben? Aber zumindest macht er sie. Und ja, das könnte helfen. Und überall kracht es. Er ist gleich kaputt, ne? Schnell raus und reparieren vielleicht. Reparieren davon kostet ja nur Holz, ne? Und die Holz, das Holz hat er ja, also, keine Ahnung, und die Elfmanne die es reparieren lassen. Klar, wegen Ritter ein bisschen unschön. Aber das ist ja nicht besser, wenn man darin wartet. Also, die Pfeile machen eh keinen Schaden am Ritter. Das muss man ja vergessen. Große Party. Kanonenturm, das macht halt Flächenschaden. Der Ritter ging die Ritter sehr episch gut. Und da haben wir die große Bombarde. Müsste vielleicht nochmal einen Mann reinschneiden. Gerade bei der Bombarde lohnt sich das ja. Der hat auf die Mauer eingeschossen. Also, die Belagerung läuft auf jeden Fall. Der Engländer verteidigt sich mit wirklich allem, was er hat. Einiger Sieg ist wieder an, nebenbei. Und die Arbeiter gehen jetzt alle drauf. Und die Arbeitergruppe, die Arbeitergruppe, 70 Arbeiter, gleich so bei 80 Arbeitern. Ui, 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 ui. 82 Arbeiter tot. 82 Arbeiter tot. Wirtschaftsunterschied von Arbeitern, 50 Stück Unterschied. Also, Kasper hat halt auch wirklich, der skremt die einfach rein, weil er halt einfach auch ganz viele Arbeiter in der Backline hat. 146 Arbeiter. Der hündet Engländer einfach nur einsperren damit und scheißt auf die Verluste und tut das mit Einkommen ausgleichen. Und genau das geht auch auf, die Strategie. Und da kann man durchschießen. Wusste ich nicht, dass man da durchschießen kann. Das ist ja witzig. Ja, wir nennen es mal die Zerg-Strategie. Das machen ja viele Nationen zwischen so. Sei es jetzt Mali-Dritte-Zeitalter mit Farimba oder Burgrafenpalast. Ihr macht die Einheiten, ihr spammt die rein und tut den Map-Control einfach nutzen. Und schneidet damit sehr gut ab. Das klappt hervorragend im Spiel. Und der, der den kompakten Wirtschaftsbild macht, der verteidigt auch. Macht auch mehr Kills, wie man hier sieht. Das sehen wir auch sehr häufig. Und ist sehr häufig trotzdem zu wenig. So, Gold ist runter auf 400 pro Minute. Die Reiter suchen jetzt irgendwas zum Angreifen. Also wenn man wirklich nochmal Zeit hat dafür, wäre es schön, wenn man die Reiter einfach hochbringt irgendwie, ne, um sowas zu töten hier. Oder mal kurz überall einen hinsetzt. Da stehen natürlich jetzt überall Burgen wahrscheinlich, ne. Da ist auch eine. Genau, da ist auch eine. Der hat Spaß, der Mann. Ja, Kämpfe gewonnen, Spiel verloren. Könnte man, glaube ich, so zusammenfassen. Arbeiter, 100 Unterschied. 138 Arbeiter gestorben. 138. Das ist ein bisschen viel, ne. Da ist doch wahrscheinlich irgendwo ein Loch rein. Da. Da, ja, da passiert nicht mehr viel. Also Kasper hat das ja gewonnen. Ich denke, da willst du noch nicht aufgeben. Wo ist denn der Timer? 6 Minuten. Ihr könnt ja mal beischreiben, also wenn ihr Ranked spielt 1-1 auf eure Niveaus. Wie viel dieser Art von Spiele habt ihr schon gehabt, wo ihr wirklich, dass ihr Kasper macht, dass ihr einfach sagt, Scheiße, meine Armee, ich schicke die nur in die Basis und Opfer, die nonstop, wenn ich halt nicht mehr Kontroll behalte, mit der für beschäftigt ist. Also wie oft habt ihr das schon gemacht, erfolgreich? Ich habe es, wie gesagt, schon in einigen, wie viel jetzt bei den Post gesehen. Und unteren Mädels habe ich noch nie gesehen. Kommt also euch das manchmal vor? Gegen euch, mit euch, wie auch immer? Und weiter geht's. Oh, der vergisst jetzt zu klicken. Also die Arbeiter-Kill-Liste ist jetzt bei 161. Das ist sicher ein neuer Rekord. Nein, verklickt. Jetzt hat es die Tassen geklickt. Hier haben wir bessere Rüstung, oder? Die osmanischen Reiter, also vom Aussehen her. Das sieht ja aus wie so ein Kettenhemd am Pferd, wenn die anderen, die Engländer, so ein Tuch haben. Vielleicht der Text stand, wenn ich hingeguckt. Ja, das war auf jeden Fall England-Verteidigung. In dem Sinne. Ciao, ciao.